Ja gut, jetzt hab ich mal so die Taktik bewerse, gell, bei der muss ich bleiben, damit ich den Buch rum vollkrieg, wie schaut denn so aus, aber warte mal, geh mal ins Bett, in der Nacht sechst ja nix. Ja, pass auf. Am Morgen haben wir ein bisschen mehr Durchblick. So, was sagt denn? Na ja, wenn's mal voll ist, geht, dann macht ihr was her. So, Gott, schon. Mal wieder keine Trufe. Das fühlt sich dann automatisch noch schön. Das ist besser, wenn's mehr ist noch. So, mal, wenn ich's drei Brot mach, damit's ein bisschen schneller geht. Ich bin mir sicher, ob die funktioniert. Geh mit 3 Oh Gott, er hat nicht gehe ... So, was sagt denn? Irgendwo fällt es noch. So, erinnert. Aber ich glaube, ich bleibe lieber bei zwei. Ich meine, die sichere Art und Weise. Bei der Brücke könnte ich auch noch irgendeine Probleme kriegen, schau ich? Dass ich da das Wasser drunter kriege. Untertitelung des ZDF, 2020 So, man, wir hatten das. So, das ist voll. So, Leute. Die Taktik bewährt sich. Warte mal. Da muss ich dann runtergraben. Hier, die Frage. Unter der Brücke. Oh, hau, drück jetzt. Ja, nimm es da. Gut, genauso. Das Wasser unter der Brücke. Das Wasser unter der Brücke. Eveny, Bongo. Okay. Okay. Musik Musik Dann müssen wir den Aromat einen Boden ausreißen Damit ich oben sehe Ja, heftig Weg mit dem Boden Musik 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 Ich weiß, was ist denn das? So, oder? Pisten Musik 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 Na ja, ich fühle mich über die Brücke zu pflügt. Musik 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 Und dann kann ich wieder mein Produkt zusammenbauen, gell? Schweiß, du, tu da. Ab damit. Stürb ich grad beim Bauen. Halt auf, das muss ich natürlich nicht darüber ausreißen. Vorübergehend. Und das Watt dann nicht zuvieler geh. Na ja, da hätte man im Grunde die ganze Graberei spannen können, gell? Ich bin krumm. Scheiße, ich brauche Wasser. Ich glaube, ich sollte ein bisschen am Wusserschlauch gebrauchen. Ich bin krumm. 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 Oh, vielleicht. Geht wieder raus. Ich bin krumm. Ich bin krumm. Ich bin krumm. Ich bin krumm. dann könnte ich gleich wieder so zubauen gehen wobei brauche ich ich muss sowieso zubauen sonst streikt er wieder so was auch denn So, die best und der vorne Ja gut, war schon mit der Vorstellung Warte mal Komm mal, Pfeiler Komm mal, Pfeiler Ich muss sagen, wir bauen ja gar nicht umständlich Aber das Auge ist mit Auf die Details hinzu Jetzt sind wir allerdings unter der Brücke Ich muss durchgehen, Gott sei Dank Im Grunde könnte man dann den ganzen Burg runtertunneln Wenn wir Klosdecken reinhauen Da darf ich schauen kannst Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Okay Leute, jetzt mach ich noch, eine Reihe mach ich noch und dann werde ich am Hafen weiterbauen, bevor ich eine Wasserkrise kriege. So, jetzt mach ich noch. Ja und, was ist denn? Das ist Obsidian. Ja gut, das können wir später anpassen, wenn ich es nicht sogar komplett weg tue. Das wird schon langsam blau gehen. Okay. 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 Okay.